hallo ja willkommen bei einer neuen folge von world of tanks wir gucken mal nach können wir was machen uns fehlen noch 1481 erfahrungspunkte macht nichts machen wir weiter lassen wir keine zeit verstreichen und wir sind diesmal auf einer norwegischen map unserer fjorde manchmal brauche ich ein bisschen länger so wir haben noch 13 sekunden die ballen sich die säcke ab so 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 Panzer Ich hoffe mal nicht, dass die hier durchkommen Ich fahr mal ein Stück hier durch Wir haben sie nicht mal angekratzt Schussbereit Der Gegner hat uns im Visier Gegner entdeckt Der ging nicht durch Der ging nicht durch Der ging voll durch ihre Panzer rum Ach Der Gegner schiegt auf uns Gelassen! Leg los! Fahr ich ihm nicht eigentlich? Ne Der Gegner hat uns im Visier! Ja, kann er ja gar nicht Ja, Mann Ja, Mann Was ist denn nun? Der ging voll durch ihre Panzer rum Schussbereit Sie haben uns entdeckt Sie haben uns entdeckt Nein Alter Schwede 9 zu 9 steht's Und die haben noch 3 schwede Panzer Mann Der Gegner hat uns im Visier! Wir haben sie nicht mal angekratzt Geschützt geladen Wir haben einen unserer Panzer zerstört! Uah, fuck! Ah! Scheiße! Scheiße! Jo, tschüss! Schuss! Jo, das war's! Jo, das war's! Das ist jetzt Suboptimal Was brauchen wir nochmal hier? 3000 Dann machen wir das Machen wir mal Beim Lux mal weiter Dass wir das dann so ein bisschen auch Gleichmäßiger hinkriegen Mit den Punkten Wollen wir den Tears Westfield Regen Wieder ein Standardgefecht Wieder ein Standardgefecht Eigentlich ist das jetzt immer das nervigste Bei World of Tanks Immer dieses Warten Bis eine Karte geladen ist So So Es kommen Gegner Entweder schalten wir sie aus Oder nehmen wir ihre Basis ein Los geht's! Ich hoffe wir beide haben die gleiche Idee Einmal da über die Brücke Einmal da über die Brücke Ja, da muss die Brücke dann auch noch Trähen Aaaaaaah 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 Fuck 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 Scheiße Ich muss doch hier runter irgendwie Aaaaaaah Ach schweiger Aaaaaah 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 Damit rechnet bestimmt keiner Dass ich hier durch die kleine Dorf war Aaaaaah Aaaaaah Jetzt bestimmt schon weil ich hier abklapp Aaaaaah 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 Ich muss doch auch noch Aaaaaah Die haben einen unserer Panzer zerstört Ver Neee Aaaaaah D Der Gegner hat uns im Visier. Geh nicht durch. Geh lacht, legt uns. Sie haben uns entdeckt. Geh die Teufel. Geh weg. Geh weg. Scheiße Da muss Feiger rücken Der ging nicht durch Der Gegner hat uns im Visier Ok ja und jetzt sind wir noch einmal in el haluf und zwar im regen alle schönen grünen in der wüste ja es grün zu grün die spanienste blüte blühen ja wir haben gegner im gebiet macht sie fertig oder erobere isel wartet drei ja ja Aua! Aua! Scheiße, der Turm ist fest! Mist! Was ist denn heute nur los? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ja... Was bedeutet das? Ah! Was bedeutet das? Nein, ich weiß nicht. Also... Mal sehen, was das in dieser Runde wird. Ich will doch nur einmal noch ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, ich kotze im Dreieck. Ech... Ich glaube, ich kotze im Dreieck. Entweder zerstören wir sie alle, oder nehmen ihre Basis ein. Los geht's! Ich hoffe, ich not mir. Wir sind... Ich hoffe, ich weiß nicht... Wie geht's... Oh, die Schiff trage ich nicht um. Okay. So. Ich glaube, wo ist die Schiff? Okay. Was ist das? Was ist das? Ouh, das sind so eine Arschlochgründe der zweite bunde und ich wundere mich auch nicht warum warum der da in spätschießt aber irgendwo war noch ein mittlerer Panzer hat er sich verkrümelt wir haben sie nicht mal angekratzt schuss bereit wir haben sie nicht mal angekratzt wir haben sie nicht mal angekratzt schaue scheiße der ging nicht durch hat mich getroffen willkommen das war die artillerie aber wenigstens habe ich zwei panzer erledigt das ist doch auch schon mal was das gibt auch ein paar pünktchen jo so okay dann würde ich sagen dann ist auch für diese folge Schluss ich bedanke mich fürs zuschauen fürs dabei sein vielleicht zumindest kann man sich in einer der nächsten folgen wieder im 3 dem live stream auf twitch ich sage für Vielen Dank und tschööö.